so leute willkommen zurück zu let's play altes live wir müssen jetzt geradeaus genau zu unserer Karre ich habe hier immer wieder einen Unfall gebaut deswegen ist der auch kaputt so wo liegt denn unsere Karre da ist er doch so so und das hier reparieren wir mal oder ähm wie mache ich das denn wie mache ich es denn lol nein ich will nicht einsteigen wie reparier ich denn nein das will ich nicht nein das will ich auch nicht Alter ist das so ne das ist ja das so und das ist das da ist die Uhr das ist das ja ach komm schon leute dann kaufen wir jetzt eben neun ey scheiß drauf nein ich will meine Karre so ich glaube die Karre ist so kaputt dass ich auch nicht mehr reparieren kann wo ist denn jetzt mein Rucksack lol ach man oh man ich will Kronen und nicht schon wieder nach heute das ist doch verarsche jetzt ist diese karaoke kaputt warum bin ich so weit geflogen ich baue nur scheiße wirklich ach da hinten bin ich auch noch oh mein gott gott sei dank ist hier ein automat da war doch nachher meine sachen habe ich auch wieder verloren na komm so ich will einmal die 5000 nee 10.000 abheben und dann gleich neue karriere kaufen wer hoopt hier bin ich überhaupt in meinem gruppenkanal ja so immer geradeaus er guckt hier auf ok da kommt gleich eine Alter, warum mache ich immer alle Autos kaputt? Immer. Geil. 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 Nein, nein. Geil. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Was ist das? Live so ich hab nur 10.000 scheiß das war schon jetzt muss ich wieder zum automat rennen war ich das so so noch mal 10.000 da hab ich kein geld mehr alter dann mach ich jetzt nur noch farmen, farmen und farmen kann ich mir den Auto kaufen? ja so endlich wird Tag endlich wird es Tag endlich schon Alter, ey. Das war hart, ey. Selber fuck you, Alter, ey. Ach ja, meine andere Karre. Oh. Ich habe da gerade einen Polizist. Das wäre scheiße. So, jetzt muss ich unbedingt Geld sammeln. Und darf nicht schon wieder sterben. Und auch nicht so schnell fahren. Oh, eine Bremsung, Alter. Der haut ja gut rein in die Bremsung. Ähm, ist das ein Blitzer da hinten? Weiter. Okay. Dann kaufe ich mir gleich wieder einen Rucksack. Und dann zu trinken, zu essen. So, ab in den Wagen damit. Und Gott sei Dank wird es mal endlich Tag, ey. In der dritten Folge, glaube ich. Endlich mal Tag. Endlich, ey. schon so hell und erst 10 vor 5. Das ist doch Frasche. Gut, jetzt ist er voll. 24. Eins da weg. So, schon muss man gucken, ob immer ein Auto kommt da hinten. Weil manchmal wollen die uns ja auch überfahren. Deswegen, ja. ist der Wagen schon am Arsch? Ja, bis hier. Wie schnell geht es hier so ein Kaput, ey? So, bitte auch wieder rein. Ach, ja, alter Schill. So, und dann noch eine 1. So. Noch mal Peach. Ups. Da schreibt mir grad jemand. Ja, okay. Und bin ich immer voll. Gut. Los geht's. Och ihr Leute. Gut. Ich glaube, jetzt kann der nicht mehr so schnell fahren, oder? Oh, doch. Aber irgendwas ist kaputt gegangen, deswegen. Ich glaube, Getriebe. Ja, so einfach ist es jetzt auch nicht, Auto zu fahren. Ach, da steht mal eine andere Karre. Hallo, du. Hat er schon neue Reifen? Nee. Okay. Es geht ja da hinten ab. Es geht ja da hinten ab. Und er ist tot. Mein Gott. Gott, stop es. Du bist ein arz. Was ist mit dir? Ich habe nicht mehr. Ja, fuck you. Fuckin' Freak. Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, officer! Geil! Geil. Cool, Fenster und sind runter. So, dann fahren wir jetzt mal rechts, oder? Oh. Ja. Ab in die Stadt Kavala. So, da sind wir auch schon. So, 24 hätte ich gerne verkauft. Davon. Danke. Nochmal 24. So, 24 davon. So. Jeweils 1300, ne, dann geh ich gleich Äpfel holen. Weil Äpfel bekommt man mehr Geld. Mach ich das auch gleich. Weil bei Äpfel bekommt man so um die, ähm, 3000, äh, 2000. So, noch die 17. Ey, die 17. 17. 17, das da, und verkaufen. So. Drei Flaschen. Und das da auch dreimal. Ja, jetzt sieht es schön aus. Noch ein bisschen nebelig, aber... Ist ja egal. So, Licht, aus. Und die Verbindung kockt ab. Die Verbindung kockt ab. Ja, ich muss da unten hin. Und immer geradeaus und dann rechts gut. Gut. Jetzt nach rechts. Jetzt nach rechts. So. So. Ah, jetzt hab ich vergessen zu reden. Ist egal. Ähm, dann... Das war ein Auto. Okay, ich will jetzt... Ähm, ins Krankenhaus gerade fahren. Das mache ich, aber... ...in der nächsten Folge. Okay, bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.